was war das denn scheiße schießen oder laufen schießen oder laufen ich weiß es nicht ganz langsam nein wie haben die mich so schnell gesehen bitte oh man da muss dieses Dexvieh da hinter mir auftauchen der war ja dann ganz in der Nähe in der letzten Folge gut also mitten im Lager ist natürlich der Alarm gut so da ist ein Loch in der Wind der Gamer Moraine wenn uns keiner entdeckt scheiß Dreckstiege Mann Gürathea Terrassen na klar mitten im Lager da da der Kollege Alarm ist deaktiviert jetzt haben wir freien Lauf wir werden jetzt eigentlich alles was ist das hier Lampe eigentlich werden wir jetzt mach das Dreck jetzt entdeckt jetzt entdeckt die Gettung die Gettung die Gettung die Gettung die Gettung ne ne lass mal nicht machen tötet sie bis auf den letzten Mann ich habe keine Schmerz heb Gas Leute wein da oben der schreit die Liga der Ruck gib Gas macht macht los hallo ich bin ohne Deckung komm Kollege ich glaube er hat Ziegenhitten hat der mich gerade Hure genannt ich geb dir gleich hier mein Freund mit Handfeuerwaffe Hure Hure Berserker Juhu Menschenskinos Skinners. Ach wo. Mein Dein. So. Verkaufen. Nichts. Jo, dann holen wir uns noch zwei Honigstackchen. Wo sind die kleinen Scheiße? Da sind sie. Och, ich musste echt über den Berg wieder. Ich klau mir mal das Auto. Im Bürokopter steht hier leider nicht. Oder wir cheaten ein wenig. Ups, wie konnte das denn passieren? Hilf Longinus bei seinen L-Aufgaben dabei, seine Sünden wieder gut zu machen. Zu Longinus gehen wir auch noch diese Aufgaben-Session. Well. Well. Jedes Mal kommen die da lang gefahren. Ich verstehe das nicht. So, dann gehen wir mal Gummi. Robby Ray. Hoppla. Jawoll. Wie der den erledigt hat. Geil. Das ist so ein praktisches Wort. Es kann alles bedeuten von einem, den man einfach nicht mag. Bis zum Fall, der Kämpfer, der Zyra zu einem So, weiteres Karma erhalten. Oh. Nee, 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 nee. Alter, die Schüsse, die sitzen aber auch. So, wo ist mein kleiner Dachs? Oh ja, mit der Munition, wow. Very nice. Jo, wo ist mein kleiner Dachs, hm? Na komm her. Da glitzert was. Nein, nö, auf Länseli. Tot, tot, tot. Oh. Geh weg. So, drei Rothunde. Was kriegen wir von denen? Was können wir... Was können wir mir jetzt herstellen? Spritzentasche. Noch eine. Dann nehme ich doch gleich da die grüne Pflänseli mit, ne? Zack. So, wo ist mein kleiner Dachs? Wo ist sie? Hm? Na komm her, Schnucki. Wo bist du denn? Branche dich nicht zur Verstärke. Oh, komm. Put, put. Ein Laptop. Äh, Kiest. Noch äh, Kiest. Schon wieder voll der Beuterrucksack. Ich glaub, den tun wir auch mal. Ah, da ist ja meine kleine Freund. Äh, Kiest. Äh, Kiest. Nein, da schießt den Dachs. Ausgepasst. Pff. Äh, ha, 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 ha. Von dem Dachs geflüchtet. Was ist das denn bitte? Da ist er, der kleine Sack. Da rennt der Prophet vom Dachs weg, ist das süß. Ei, 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 ei. Das passiert mir aber auch nur einmal. Ja, wie, Warteherstellung, können wir nichts mehr? Äh, Dachs, Honigdachs, Honigdachs. Was wollte ich denn herstellen? Ach ja. Ach nee, noch einen Honigdachs. Hä? Ich hatte doch schon zwei, oder? Ach nee, wir wollten uns zwei holen. Da rennt der Prophet weg. Oh, ist das süß. Drei Adler. Nee, da geh ich nicht hin. Da geh ich nicht hin. Nee. Wo ist mein kleiner Dachs? Wo ist er? Komm, Schnuggi. Oh nee, kein Adler. Nicht schon wieder diese Hunde. Geht weg. Das gibt's nicht. Ich verpasse die Action. Nein! Puh! Wo ist er? Schnuggi? Eh? Kommt nicht jetzt. Na nö? Es folgt ne Ankündigung, aber wir haben schon zwei Sachen die bestimmen können, wir haben noch so viel vor uns, Leute. Man kann aber hier erkennen, wo es lang geht, na bis auf da, aber hier, da ist irgendwas groß ist. Äh, wo ist denn das B eigentlich? Irgendwo hier drinnen? Nö. Bagger Min. Wo war denn das B? Ach da! Ah! Halt! Ah! So, dann wird jetzt gekauft. Wir haben noch sieben Punkte. Geschäftsabkommen. Du kannst jetzt Sprengpfeile, Brandpfeile und Haft-Upgrade für Sprengstoffe handeln. Äh, das habe ich doch letztens gemacht. Ernte. Die Spritze markiert Gegner und, ja gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Überlebensspritze. Ich stelle eine Spritze her, die psychischen Schaden Nahkampf verringert, so das Risiko niedergeschlagen zu werden. Fokusspritze. Berge versetzen. Magazin-Jongleur. Hä, das haben wir doch alles. Hat er nicht gespeichert? Der Sack. Zieh in Takedown. Pistolen-Takedown. Starte mit F in Takedown auf einen Gegner und drücke dann, äh, um seine Waffe zu nehmen und andere mit, äh, abzuschießen. Mh, gut. Hör mal das hier, weil ich will nämlich das da haben. Kugelschwaben. Körperpanzer sind nicht so viel effektiver beim Absammieren von Schäden. Äh, diese... Alter! Alter! Und, weg bin ich! So. Erstmal wieder was verkaufen. Beziehungsweise etwas kaufen. Wir haben nämlich jetzt hier ein, äh, paar Spritzeli. Schützenhilfe-Upgrade. Jetzt kannst du einen stärkeren oder besseren bewaffneten Rebellen zu Hilfe rufen. Hm. Ja. Benutzt ein Wingshüt, um schnell aus großer Höhe abzusteigen, wenn du niedrig genug bist. Den habe ich ja eigentlich schon. Haft, Minenhaft, Granaten, Schützenhilfe. Soll ich mir das kaufen? Hm. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal eine schöne Waffe. Scharfschütze. So, wir können... Jagdbogen. Den Bogen, den hole ich mir auch noch irgendwann. Flammenwerfer. Wir haben hier eine Scharfschütze. Ich finde schade, dass es nicht viele Aufsätze und so viele gibt. Wir haben einen Scharfschütze. Ich bräuchte mal eine schöne MG hier. Was ist das? Die MS, aber die hat keine große Reichweite und die, äh, genauigkeit ist nicht so. Doch, die ist eigentlich ganz okay. Einzigartiges. Munition oder Karten? Hm. Oh, der Schredder. Was ist das hier? Freie 17 Glockentürme. Kriege ich auch den Schredder irgendwann? Vier Level übrig. Ich bin jetzt Karma Level 2 und ich will den Schredder jetzt schon haben. Zerstöre das hier zweimal. Was haben wir hier? Der Stormer. Ist aber auch nicht so geil. Na, bleiben wir mal hier. Die könnten wir uns kaufen. Ach, machen wir es einfach. Was ist denn das hier überhaupt? Freie vier weitere Glockentürme. Und Longinus schaltet diese Waffe gratis für dich frei. Oder kaufe sie jetzt? Ach, wir kaufen die jetzt was. So, haben wir mal schön was ausgegeben hier. Die setzen wir mal auf die drei. Läufe, Schalldämpfer. Nein, will ich nicht. Nein. Visiere. Optisches Visiere. Rotpunktereflex. Das optische Visiere ist nämlich, ist natürlich deutlich besser. Nehmen wir das mal. Unsere Fernschusswaffe. Obwohl die Reichweite nicht ganz so geil ist. Und auch ein erweitertes Magazin kaufen wir gleich dazu. So, Farbe. Klassisch grün. Nehmen wir das noch. So. Da haben wir eine neue Waffe. Und wir haben nicht mehr ganz so viel Geld. Gut. Dann lassen wir das jetzt erstmal. Na, komm. Zerstöre die Strafexpedition. Andermal. So, gut. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal zum B. und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Far Cry 4. So. Und eine weitere Folge von Far Cry 4 ist vorüber. Hä? Lol. Was? Nein. Der hat... Der hat er... Moment. Hä? Ja. Was soll das denn jetzt? Kleinen Moment. Kleinen Moment. Hey. Aufnahme. Stopp. Hallo. Der stoppt die Aufnahme nicht. Stopp die scheiß Aufnahme. Gut. Äh. Gut. Ja. Moment. Hallo. 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 Warum stoppt der die Aufnahme jetzt nicht? Ich drücke die Taste und es passiert nichts. Gut. Dann beende ich das Programm jetzt einfach und muss dann die Datei reparieren. So, hey. Folgen Ende. Das war ja eben seltsam. Da hat er einfach den Ton weiter aufgenommen, aber ich habe eigentlich die Aufnahme beendet. Normalerweise... Ja. Da habe ich die Endcard kurz mit aufgenommen. Ah ja. Gott. Was soll's. Wir sehen uns dann morgen wieder und gucken dann mal was das Spiel uns alles sagt. Was es uns prophezeit, was wir eigentlich machen müssen in unserem Leben. Ähm. Das werden wir morgen erfahren. Das werden wir morgen erfahren. Ich suche mal die Idee wie auch Frauen. Herr weiß einfach sehr gut. Awesome! Untertitelung des ZDF, 2020